In der heutigen Late-Night-Show vom Comic-Salon Erlangen reden wir über ein Hintergrundband-Phänomenära und über Star-Wars-Raumschiffe im Abu. Wir sind vor Ort auf dem Comic-Salon Erlangen. Das heißt, wir werden im Rahmen dieser Late-Night-Show auch über Comics reden mit Comic-KünstlerInnen. Aber vorher machen wir noch die üblichen Teile einer Late-Night-Show, auch wenn es insofern ein kleines bisschen unüblich ist, als dass ein Teil davon sich mit Sammelraumschiffen bzw. Spielzeugen beschäftigt. Vorher aber reden wir über Numenera – Edge of the Sun. Das ist ein Hintergrundband, der ein sehr großes Abenteuer-Setting, neue Regelbefüllung, was Fähigkeiten, Monster und eine neue Art und Weise die Welt zu erkunden angeht, ist plus dann noch zwei Abenteuer, die das Ganze benutzen auf unterschiedliche Art und Weise. Edge of the Sun liefert das erste Mal ein paar Erklärungen dafür, warum manche Dinge im Numenera-Setting so sind, wie sie sind. Wer unseren Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass wir Numenera vielleicht ein bisschen sehr mögen, auch dafür zuständig sind, es nach Deutschland gebracht zu haben. Aber nicht alle sind da so tief drin, deswegen einmal kurz ein Rückgriff. Numenera spielt eine Milliarde Jahre in der Zukunft, aus irgendeinem Grund gibt es wieder Menschen und aus irgendeinem Grund ist die Sonne auch immer noch schön stabil und hat sich eigentlich seit unserer Zeit nicht verändert. Und in Edge of the Sun lernen wir die Erklärung dafür kennen. Es gibt nämlich eine gigantische, planetengroße Maschine, die sehr nah an der Sonne sich befindet und die mal einen sehr, sehr wichtigen Zweck hat, oder besser zwei. Einmal, sie stabilisiert die Sonne, das macht sie auch immer noch ganz gut. Und zweitens, sie hat unser gesamtes Sonnensystem aus unserem Arm der Galaxie hinaus beschleunigt. Wir erfahren in Edge of the Sun ein bisschen was darüber, warum das nötig war und was für eine Bedrohung unser Sonnensystem verfolgt, was sehr creepy ist. Wir lernen auch mehr darüber, warum diese Maschine aktuell nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte und welche Auswirkungen das auf ihre Bewohner hat. Denn, wie ist das riesige Ding, am Rand der Sonne ist auch noch bewohnt. Da gibt es haufenweise Lebewesen bzw. künstliche Wesen, die dort entweder zufällig hingeraten sind oder die tatsächlich gezielt gebaut, hergestellt, gezüchtet wurden, um diese ganze Maschine irgendwie weiter am Laufen zu halten, die aus dem Tritt geraten ist. Jetzt ist die Frage, wie viel Bedeutung kann denn eine planetengroße Maschine, die sehr nah bei der Sonne ist, für Charaktere haben, die in der Regel sich auf der Erde befinden? Erstens gibt es durchaus Möglichkeiten für Raumfahrt bei Numenera, was wir mit Into the Dark schon hatten und vor allen Dingen wird in Edge of the Sun auch noch ein bisschen mehr vorgestellt, wie man denn reisen kann, ohne zwingend reisen zu müssen. Denn diese riesige Maschine ist natürlich ziemlich lebensfeindlich. Na, bei der Sonne ist es nicht gerade kühl und vor allen Dingen gibt es auch immense Mengen anderer Strahlung, die Menschen für gewöhnlich nicht so länger als einen Bruchteil einer Sekunde aushalten. Deswegen gibt es künstliche Körper, die man verwenden kann, sogenannte Augmechs und mehrere Versionen, wie man sie steuert. Entweder sitzt man direkt in ihm drin, wenn sie groß genug sind und kann sein Mecher, naja, für Gefühl gänzlich ausleben, als Pilot eine riesige Maschine durch die Gegend zu ziehen oder man kann sie von der Ferne steuern oder man kann tatsächlich sich digitalisieren lassen. Der Körper wird wirklich gänzlich aufgelöst und dann wird das Bewusstsein von einem in diese Maschine reingesetzt. Und es wird eine ganze Reihe verschiedener solcher Maschinen vorgestellt, die auch alle sehr abgefahren sind und schräge Formen hat von Wespenartigen über riesige Räder, die durch die Gegend fahren, bis hin halt zu einem titanischen Ding, das eigentlich direkt mehr oder weniger aus Pacific Rim sein könnte. Und dann bekommen wir natürlich die ganzen Bewohner von dieser riesigen Maschine, neue Monster, die als Vorboten von der Bedrohung für unser Sonnensystem arbeiten oder Kreaturen, die tatsächlich in der Sonne selber leben. Es ist alles abgefahren, das ist bei Numenera normal, aber es ist, glaube ich, abgefahren hoch zwei. Und dazu gehören dann auch entsprechend Ausrüstungsgegenstände, Waffen und eine Möglichkeit, die Erkundung der Maschine darzustellen, wobei natürlich die ganze Maschine nicht in einer Karte abgebildet werden kann, denn das ist einfach viel zu viel und dann auch dreidimensional gefüllter Raum aus gigantischen Streben, auf denen ganze Städte sich wie kleine Krusten ausmachen. Und dementsprechend gibt es vor allen Dingen Zufallstabellen, mit denen man, wenn man sich mit einer Gruppe durch die Maschine bewegt, auswürfeln kann, was als nächstes einem begegnet. Ist dort tatsächlich eine kleine Ausbuchtung, in der was leben könnte? Wenn ja, was lebt da? Wenn nein, was ist da anderes los? Was für Dinge gehen schief? Welche Bedrohungen können auf einen warten? So, dass man eine ziemlich große Menge an verschiedenen Iterationen an Begegnungen einfach durch ein paar Würfelwürfe bestimmen kann. Das ist sehr praktisch. Das Einzige, was mir fast ein bisschen daran fehlt, ist, normalerweise hat Numenera wirklich auch sehr, sehr viele sehr schräge und fast auch humorvolle, oder was heißt hier fast auch humorvolle Optionen da drin. Bei Edge of the Sun ist alles, ich würde sagen, ein bisschen ernster oder fast auch ein bisschen gesetzter von den Möglichkeiten, die es da gibt, aber immer noch sehr schräg. Abgerundet wird das dann durch zwei Abenteuer, wobei eines relativ umfangreich ist und auf die ganzen Hintergründe der Maschine, der Bedrohung für das Sonnensystem, wie kann man die Maschine überhaupt finden, wie kann man von der Erde dorthin reisen, wie kann man etwas tun, um dafür zu sorgen, dass unser Sonnensystem nicht von der großen Gefahr aufgeschlonzt wird und so weiter. Das wird da alles drin abgearbeitet in relativ dichter Story-Zusammenfassung. Und falls gerade eben ein grauer Schatten über die Linse ging, das war Indy, der hier mit uns dabei ist, beim Comicsalon Erlang und öfters mal seinen Liegeplatz ändert, während er gleichzeitig ein Nico fest ist, der hinter der Kamera ist. Das andere Abenteuer beschäftigt sich nicht mit der Maschine der Götter, mit der riesigen Maschine bei der Sonne selber, sondern mit einem gigantischen Augmech und mit einem Monster, das immerhin mit der Sonne zu tun hat. Und da geht es wirklich um die vollständige Mecha-Gundam-Vision, dass man eine riesige Maschine gemeinsam finden und dann als Team steuern muss, um gegen ein Monster anzutreten. Und ist ja ziemlich klassisch in dem, was man da macht, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam in dem Rahmen, als dass man wirklich diese Full Fantasy ausleben kann. Edge of the Sun ist insofern ein sehr umfangreiches Setting mit Abenteuern, mit allem Material dazu, auf ziemlich gut komprimiertem Raum und wie immer bei Numenera-Produkten auch sehr übersichtlich gestaltet, mit den üblichen Querverweisen. Jetzt muss man dazu sagen, Edge of the Sun ist geschrieben für die zweite Edition von Numenera, die auf mehrere Bände aufgeteilt ist. Aber ich als jemand, die nur die erste Ausgabe im Kopf hat, konnte trotzdem sehr gut das Buch verstehen und damit arbeiten. Das Einzige ist, man muss dann halt selber wissen, auf welchen Seiten man Dinge findet, auf die verwiesen wird. Aber das sind meistens grundlegende Sachen, weil alles Spezielle sich in diesem Band selber findet. Zum Beispiel, was ist deine Cypher, wie funktionieren die, müsst ihr selber finden, weil der Seitenverweis auf die zweite Edition ist, die in Deutschland nie erschienen ist und wohl auch nie erscheinen wird, aus Gründen. Insgesamt möchte ich Edge of the Sun, daher durchaus auch für Leute, die die zweite Edition nicht haben, empfehlen, wenn ihr ein richtig großes, abgefahrenes Setting haben wollt, wenn ihr schon erfahrene Charaktere habt, die nach irgendetwas noch größerem hungern. Ihr seid hier gut aufgehoben und acht von zehn möglichen Punkten gebe ich dafür. Gehen wir weiter zu Raumschiffen im Abo. Kurz ein paar Worte dazu. Erstens, wir haben früher ja schon öfter in der Holonet-Show vor allen Dingen über Star Wars-Spielzeug geredet, was unter anderem damit zu tun hat, dass wir vielleicht unvernünftige Mengen davon besitzen und ein eigenes Museumszimmer nur mit Star Wars-Devotionalien haben. Aber das ist unser eigenes Problem. Aber wiederum haben Leute gefragt, ob wir das nicht mal wieder öfters machen wollen, weil wir jetzt seit einer Weile eine Pause hatten, über Actionfiguren, Raumschiffe und dergleichen zu reden. Das tun wir hiermit. Und der zweite Grund, wie es dazu zustande gekommen ist, wir wurden angeschrieben im Rahmen dieses Abonnements, wo man eine Reihe von ikonischen Star Wars-Raumschiffen als Metallguss bekommt, ob wir nicht eine bezahlte Zusammenarbeit machen wollen mit dem Verlag. Wir haben gesagt, nein, weil wir das generell nicht machen. Also wir machen ja keine Paid Promotions auf unserem Kanal. Aber wir haben gesagt, ihr könnt uns die Sachen schicken und dann machen wir eine Review dazu. Und das ist das, was jetzt passiert. Das Abo läuft über ein Label namens Fanhome, was zu D'Agostini gehört. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Sammelzeitschriften ist das nicht so, dass man hier Stück für Stück ein Raumschiff zusammensetzt und dann nicht weiß, ob man am Ende es dann tatsächlich durchhält und das vollständige Stück hat. Nein, diesmal ist es so, dass man immer jeweils ein vollständiges Raumschiff als einen Guss bekommt und dann noch ein Heftchen dazu mit Daten und Hintergrundinformationen zu dem Raumschiff, seinen Piloten und der Story. Und man bekommt immer mehrere auf einmal zugeschickt. Zumindest war das jetzt bei den ersten Ladungen zu. Aktuell ist es so, dass im Schnitt jedes Kombo-Paket von Raumschiff mit Infos dazu 20 Euro kostet ungefähr. Reden wir über die Modelle an sich. Sie sind wie gesagt aus Metall gegossen und damit deutlich schwerer als die meisten anderen Versionen, die wir von diesen Schiffen haben. Aber sagen wir mal so, den Millennium Falcon gibt es in so vielen verschiedenen Versionen, dass es natürlich auch den gefühlt 20 Kilo Lego Falcon gibt. Am ehesten kann man ihn in dieser Größe vergleichen mit dem Millennium Falcon aus dem Miniaturenspiel X-Wing von Fantasy Flight. Die sind ungefähr gleich groß. Das heißt, den habe ich mir dazu auch im Vergleich angeschaut. Wenn man die nebeneinander hält, muss man sagen, dass das Modell hier von Fanhome, von D'Agostini, ein bisschen weniger Details hat, beziehungsweise die kommen teilweise weniger gut raus. Der Plastikguss bei Fantasy Flight ist irgendwie schärfer und er ist vor allen Dingen, würde ich sagen, auch etwas besser angemalt. Die haben, denke ich, damit insgesamt mehr Erfahrung. Dazu muss man aber sagen, dass, und das ist ein Vorteil, der mir entgegenkommt, dass das Ding hier schwer und vermutlich auch sehr viel schwerer zerstörbar ist. Die Erbo-Schiffe hier sind, wie schon erwähnt, aus Metall. Das hat, denke ich, auch damit zu tun, dass hier sind zwar viele Details drauf, aber die nicht ganz so scharfe Ecken haben, sondern alles ein bisschen abgerundet ist, dass der Guss anders funktioniert. Und das Metall gibt ihnen natürlich auch eine gewisse Wertigkeit, wenn man sie hochhebt, weil sie sich schwer anfühlen und haptisch wirklich schön sind. Und für mich persönlich auch ein Vorurteil, als jemand, der, wie Nico bestätigen kann, alle Dinge ständig fallen lässt. Sie sind weniger leicht zerstörbar als X-Wing-Raumschiffe, die man mir nicht unbedingt in die Hand drücken sollte. Ich stelle noch mal ein weiteres aus der Sammlung daneben und dann wird euch noch etwas anders auffallen. Die sind nicht im jeweils dazu passenden Maßstab, sondern die sind alle ungefähr so groß wie der Millennium Falcon und der TIE Advanced, den wir hier haben. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel der Sternenzerstörer hier ebenfalls nur diese Größe hat und halt ein bisschen klein wirkt im Vergleich dann, wenn man den Millennium Falcon daneben stellt. Durch das Wunder des Schnitts sind jetzt auch alle vier ausgepackt, dass man sie direkt mal vergleichen kann. Und ich kann noch ein bisschen mehr auf ein paar von den Details eingehen. Zum Beispiel haben die Schiffe, wo es tatsächlich eine sichtbare Kanzel gibt, da drin Plexiglasscheiben, was das auch tatsächlich noch mal wertiger macht. Und dann wiederum, was wahrscheinlich auch der Gusstechnik geschuldet ist, die nicht ganz so präzise ist. Es gibt ein paar Unsauberheiten, wo dann einzelne Teile des Burses nicht zusammenpassen, wie zum Beispiel beim TIE Advanced, wo vorne Kanten sind, wo keine sein sollten oder kleine Lücken sind. Dann kurz noch mal zu den Heften, die mit dabei liegen. Das sind dann immer kleine Zusammenfassungen. Die sind auf Englisch, muss man dazu sagen. Wir haben auf jeden Fall die englische Version bekommen. Ich weiß gerade tatsächlich nicht, ob es eine deutsche gibt, was Sinn machen würde. Und die sind dementsprechend natürlich auch im Star Wars Style aufgemacht, mit Produktionsfotos und dergleichen und mit Hintergrundinfos. Was sind das für Schiffe? Was ist ihre Geschichte? Wo wurden die gebaut? Woraus bestehen sie? Und dann jeweils hinten in der Regel noch Zusammenfassungen zu der Reihe, zu der sie gehören, wie in diesem Fall Schiffe der Resistance bei Black One. Für wen ist das jetzt was? Das ist, finde ich, ein ganz gutes Angebot, wenn man, sage ich mal, sammeln möchte ohne riesigen Aufwand. Denn, sagen wir mal so, unsere Sammlung von Schiffen deckt eine Menge unterschiedlicher Quellen ab. Da sind, wie gesagt, Sachen dabei, die aus Miniaturen spielen wie X-Wing oder Armada sind. Da sind Hasbro-Modelle drin. Da sind teilweise noch alte Kenner-Sachen, wenn man sie kriegt und so weiter und so fort. Und hier ist es einfach eine Reihe mit ikonischen Raumschiffen, ohne dass man sich tief damit beschäftigen muss, wann was erschienen ist. Teilweise Sachen auf Ebay suchen. Man bekommt noch ein Heftchen dazu. Und, was man auch wirklich hervorheben muss, im Vergleich gerade zu den Miniaturschiffen von Fantasy Flight aus X-Wing und Armada, sind die sehr erschwinglich. Es ist also was für Leute, die sammeln wollen, aber weder die Energie oder die Lust hatten bislang oder noch nicht den Anlass, es tatsächlich zu tun. Es ist einfach ein Gesamtpaket, das einem entgegenkommt. Ich finde, eine Punktwertung ist dafür schwer zu geben. Ich denke, ihr könnt selber gut einschätzen, ob das was für euch ist. Wenn ihr sagen, oh gut, ich hätte immer schon überlegt, ich mag die Designs alle. Zurecht, es sind tolle Raumschiff-Designs. Ich glaube, da sind sich alle Menschen einig. Und bisher habe ich irgendwie nie den Anlass gesehen. Ich bin nicht so oft in Läden oder sonst irgendetwas. Dann denke ich, ist das was für euch. Vielen Dank auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Und ich gebe jetzt an Mairi von vor ein, zwei Stunden ab. Und wir führen ein paar Interviews mit Comic-KünstlerInnen hier vom Comic-Salon in Erlangen. Und danach verabschieden wir uns. Viel Spaß! Es hat endlich geklappt zu meiner sehr, sehr großen Freude. Es ist das erste Mal, dass ich Daniela Schreiter, auch bekannt als Fuchskind, in Natura sehen kann. Bisher haben wir immer nur über Videotelefonie kommuniziert. Es ist super, dich zu sehen. Und als erstes Mal auch vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch zum Max-und-Morris-Preis. Ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich auch so sehr, euch endlich live zu treffen. Und auch Indy, der jetzt leider gerade nicht im Bild ist. Aber es ist so schön. Ganz ehrlich, nach all den Jahren endlich. Yes! Wir haben es geschafft. Wir haben uns immer verpasst ansonsten. Ja, der Preis. Ich hatte das Gefühl, du warst ja ein bisschen überrascht, als Lisa und Leo da tatsächlich. Es ist ja ein Publikumspreis, über den abgestimmt wird, dann am Ende den Sieg gemacht hat. Oh ja, also wir waren alle überrascht. Ich habe es ja im Hotelzimmer, im Bett, habe ich das dann auf Twitter gelesen, wo dann retweetet wurde, ja, Publikumspreis geht an Lisa und Leo. Und ich so, was? Und ich war ja nicht mal auf der Verleihung dort, da war ja mein Verlag dort, weil niemand gedacht hat, dass ich ihn kriege. Also wirklich niemand hat das vermutet. Also es waren ja insgesamt 27 Leute nominiert. Und ich so, ja, natürlich wird das nichts. Und mein Verlag auch so, Panini, ja, ja, wahrscheinlich, das sei auch nicht so traurig. Ich gehe mal trotzdem hin und hole den Preis ab. Solltest du, aber wir wissen beide, ja, ja, ich so, überhaupt kein Problem. Vollkommen, es ist schön, dass ich nominiert wurde. Und dann so auf einmal, wow! Und ja, also einfach total Stunt, Desert, Wahnsinn. Was machst du jetzt mit dem Preis? Ich habe gerade erst erfahren, aus was der besteht und wie der aussieht. Wie bringt man den unter? Was macht man damit? Sehr gute Frage. Also der Preis ist Brot. Man bekommt zwei große Brotlaibe in Form von Max und Moritz in einem großen Korb. Ich werde den Korb mit dem Brot jetzt nach Berlin fahren. Und ich weiß es noch nicht. Mal gucken, ist sehr schwer, sehr groß. Ich habe ihn jetzt leider gerade nicht dabei. Aber mal sehen, mal sehen, wie lange er sich hält. Ja, die Erfotrophäe ist Brot, aber das ist auch alles, was du gekriegt hast, oder? Ja, und noch eine Urkunde. Und dazu gibt es noch eine Münze, die allerdings noch nicht gedruckt worden ist. Also die kriege ich dann zugeschickt. Aber ja, ansonsten nur Brot, was irgendwie ganz witzig ist, so Brot für die brotlose Kunst. Ja, aber gut, ich weiß nicht, wie das finanziell so läuft. Also ich habe auch gedacht, von der Stadt Erlangen, Bayern, Markus Söder war gestern auch auf der Messe, aber I don't know. Müsste man hier langsam so einen Tippjar aufstellen. So hier, für den Preis, legen Sie noch was mit rein. Ja, ist ja schon ein bisschen schade. Vor allen Dingen, es ist ja nicht so, als wären hier irgendwie, dass alles kleine Verlage, die hier sind, oder eine kleine Veranstaltung, wenn man sich hier umschaut, das ist wirklich ein großes Ereignis. Da könnte man sich doch erhoffen. Gerade freischaffende Künstlerin kann es gebrauchen. Hinweis übrigens, einfach mal, man kann sie auch unterstützen über Tippi, Coffee und dergleichen und indem man mal auch ihr Aufträge schickt, wenn sie Slots frei hat. Aber abgesehen von der Werbung, die absolut verdient ist und nötig ist, weil viel mehr Leute auf jeden Fall dich kennenlernen sollten und deine Sachen lesen. Wie ist es denn hier mit den Signierstunden und mit der Rezeption gewesen? Hat es dir auch eine Sonderaktion hier, was deine Comics angeht? Wie viele von den Leuten, die zu dir kommen, sind selber welche mit einer Autismusdiagnose, die mit den Comics da ja auch noch was ganz anderes verbinden als ich zum Beispiel? Es sind erstaunlich viele. Also gerade bei einer Messe denke ich immer, es ist für mich schon anstrengend, aber natürlich auch für die BesucherInnen, die kommen und gerade, wenn sie im Spektrum sind. Und wir waren in Halle A und die ist besonders laut, besonders voll. Und wir saßen auch direkt unter dem Lautsprecher und gefühlt kam wirklich alle zehn Minuten kam eine Durchsage. Und also ich bin schon wahnsinnig geworden und viele waren auch so, die konnten gar nicht mehr sprechen. Und ich hatte auch eine Familie da mit einem autistischen Kind, das schon total fast im Overload war. Und ich so, das ist hart. Deswegen hatten wir auch gestern ein Künstlergespräch in der Villa. Das war draußen und das waren ganz wenig Reizen und da waren sehr, sehr viele Autistinnen da, weil es einfach wesentlich reizarmer war. Und es war schön, dass wir das noch anbieten konnten, so als Ersatz für die Messe, wo einfach viele auch einfach aufgrund der Hitze, der Menschen, der Reize nicht kommen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für dich ein schönes hoffentlich, aber auch ein echt anstrengendes Wochenende war, wo jetzt auch echt mal Erholung angesagt ist. Aber wo wir schon von der Zukunft und Erholung und dergleichen sprechen, wie sieht es bei dir mit weiteren Projekten aus? Gibt es weitere Schattenspringerbände? Gibt es noch mehr Lisa und Liu? Wo geht es hin? Ja, also ich arbeite gerade am zweiten Band von Lisa und Liu und wenn alles gut geht, kommt auch Ende des Jahres raus. Drücken wir die Daumen, dass alles klappt. Und danach schauen wir mal. Ich hoffe sehr, dass es vielleicht im nächsten Jahr mit dem zweiten Band von fabulösen Fakten weitergeht. Das wäre super, super schön. Aber da gucken wir erstmal Lisa und Liu und ein neuer Schattenspringer. Da gucken wir mal. Das ist nicht ausgeschlossen, ist jetzt aber nicht konkret so. Aber da schauen wir mal, ob das noch kommt. Okay, das heißt auf jeden Fall, da kommt noch einiges auf dich zu. Aber du bist ja auch tatsächlich einfach auch freischaffend und machst kleine Cartoons und dergleichen. Ist das auch weiterhin noch möglich? Oder bist du zeitlich dann jetzt ausgebucht, auch mit sozusagen dem Energiekontingent, dass man in die Arbeit stecken kann? Oder kann man bei dir noch Aufträge eingehen? Aufträge gehen immer. Also am besten mal anschreiben. Dann kommt es immer darauf an, wie groß der Auftrag ist. Aber davon lebe ich ja auch fast größtenteils. Daher gerne immer anschreiben und dann schaue ich, wie ich das zeitlich unterkriege. Okay, ich freue mich so sehr, dass wir uns endlich mal in echt gesehen haben. Ich freue mich auf unsere nächste Rollenspielrunde gemeinsam auf Strixhaven und darauf, dass wir noch ganz, ganz viel uns über Comics und Serien und Rollenspiel austauschen können und es damit weitergeht. Und dir ganz gute Erholung, wenn du es dann nach Berlin zurückgeschafft hast. Eine kalte Badewanne, ich weiß es nicht, was auch immer man braucht. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich auch so, dass ich euch hier treffen konnte und ich freue mich auch so mega auf die nächste Strixhaven-Gruppe-Runde und ja, ich freue mich aber auch aufs Bett zu Hause, muss ich sagen. Dann mach's gut und Daniela Schreiter. Findet sie, findet sie auf Instagram und auf Twitter und all den üblichen Seiten und schaut euch an, was sie macht. Es ist von Herzen und hat mich immer sehr angesprochen. Schnuffig. Schnuffig ist, glaube ich, das Wort, mit dem ich es am besten beschreiben könnte. Es ist eine Menge passiert seitdem. Wir haben auch über Comics von dir gesprochen, haben uns zum Beispiel sehr gefreut, dass wir Star Wars Sachen von dir gesehen haben. Ja. Wie ist das so? Ist das so ein bisschen so der internationale Ritterstreich oder so zu arbeiten für die? Für Star Wars? Ja. Das war, also im Moment muss ich sagen, mache ich gerade keine Serie. Also ich zeichne keine Comics. Ich habe andere Projekte gerade am Start, aber ich arbeite noch als Livezeichner für Disney, was auch großen Spaß macht. Also ich war jetzt letztens auf der Fantasy Basel und habe zum Serienstart von Kenobi am Stand gesessen und ganz viele Darth Vedas und Yodas und BB-8s und R2-D2s und so. Also so kleine, weißt du, so kleine 5-Minuten-Zeichnungen für die Leute, die halt kommen. Und es macht Spaß und aber im Moment zeichne ich halt hauptsächlich eigentlich nur Albenprojekte und zwar halt für Splitter und für Dargo und das ist so mein Fulltime-Job gerade. Es gibt deutlich schlechtere Fulltime-Jobs. Ja, finde ich auch. Allerdings. Eins davon ist Malcolm Maxx, da haben wir schon öfters drüber geredet, auch tatsächlich in Late-Nerd-Shows und der neueste Band ist der 5. Da kannst du mir kurz ein bisschen einen Teaser geben, worum es da geht und wie die Arbeit drin war? Ja, also ich halte ihn mal kurz hoch. Das ist der 5. Band, Die Schwesternschaft der Nacht. Sexy? Sehr sexy. Den 4. Band hattet ihr denn schon mal besprochen? Oder so? Das ist ja der Start der Geschichte und hier wird die Geschichte zum Ende geführt. Also Die Schwesternschaft der Nacht ist ein Bund von Studentinnen, von jungen Frauen, die sich berauschen am Blut von Dämonen und die sind in den Besitz eines magischen Buchs gekommen und missbrauchen das also schamlos, um Dämonen zu beschwören und diese zu töten, um sich an dem Dämonenblut zu berauschen und selbst halt übernatürliche Kräfte und sie verwandeln sich dann auch und werden halt auch immer fieser und das führt zum großen, großen Finale jetzt hier im 5. Band. Ja, genau. Großer Fight und ja, alles ziemlich finster, aber auch wieder ziemlich lustig. Also es ist wieder sehr viel Humor drin und ja, hat Spaß gemacht, den zu zeichnen. Und dann, was du dahinter noch ein bisschen versteckst, ist etwas, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, weil als wir zuletzt darüber geredet haben, gab es die Serie noch gar nicht. Das sind die Chroniken des Universums. Wie ist es dazu gekommen? Die Chroniken des Universums, das war auch, wie ich dazu gekommen bin, wirklich so eine total glückliche Fügung. Ich habe 2018 den Richard Marasano kennengelernt und Thomas Ragon von Dargaux und zwar wirklich durch Zufall. Wir haben zufällig am selben Tisch gesessen und Thomas ist ein ultra freundlicher und offener Mensch. Mit dem kann man sofort ein Gespräch anfangen und ich habe damals am 4. Band Malcolm X gesessen und habe ihn so ganz schüchtern so, ja, mögen Sie mal schauen und so. Ich bin Comicszeichner und mache das. Und er war schon am Essen und hat sich dann so mein Handy geschnappt und hat es so neben den Teller gelegt und hat so beim Essen immer so und so reingezoomt und dann zwischendurch so auf mich irgendwie so. Und dann wieder rein und nächste Seite. Und ich bin so in Schweiß ausgebrochen, weil er hatte mir seine Visitenkarte gegeben und da stand halt Dargaux drauf. Und ich dachte, Gott, ich sitze hier neben einem Redakteur von Dargaux. Und er hat dann auch so kleine Kritik auch gesagt, so, ja, würdest du das so zeichnen, wirklich? Okay, aha. Und na ja, ich war dann so ganz verunsichert irgendwie. Und dann kam später noch ein anderer Typ dazu. Und die beiden haben auf Französisch dann miteinander geredet und das war Richard und die beiden sind halt total gut befreundet. Und dann noch ein Zufall. Wir haben am selben Stand signiert, weil unsere Comics sind bei Scream Comics in Polen gelandet, der Malcolm X. Wir hatten einen super Spaß zusammen. Richard ist auch ein witziger Kerl, spricht auch sehr gut Englisch. Ich spreche überhaupt kein Französisch oder echt kaum. Und ein halbes Jahr später oder so habe ich mich an ihn gewendet, weil bei Star Wars wurde umstrukturiert. Und die Serien, also die Hefte wurden eingedampft und so. Also kurz und gut. Ich hatte auf einmal, blieb keine Arbeit mehr für mich übrig. Ich hatte eigentlich so drauf gehofft oder so eingeplant, ganz viel Serie zu machen und habe dann Richard eine E-Mail geschrieben. So im Januar. Das war Januar 2019. Ich habe gesagt, hier, kann sich noch erinnern, ich bin es, der Typ, wenn wir von dem Stand. Und er auch gleich, ja, natürlich, klasse. Und ich habe dann halt gesagt, du, ich habe Zeit. Auf einmal habe ich Zeit. Wollen wir was vom Zaun brechen? Ich habe nicht damit gerechnet, dass das klappt. Und er hat aber sofort, klar, was wollen wir denn machen? Worauf hast du Lust? Und ein halbes Jahr später habe ich den Vertrag unterschrieben. Ich wollte Science Fiction machen. Ich hatte da einfach Bock drauf. Und er hatte auch was Ähnliches tatsächlich in der Schublade, also so als Exposé. Halbes Jahr später habe ich bei Dago unterschrieben und jetzt haben wir den Salat. Da stehe ich jetzt. Wie furchtbar. Es ist wirklich, wie sich manchmal so Sachen so ergeben einfach. Das ist einfach am selben, eigentlich am falschen Tisch sogar gesessen. Aber ja. Hat sich ja was Gutes bei ergeben. Hat sich was Gutes. Erstmal Glückwunsch natürlich dazu. Und andererseits finde ich es auch irgendwie sehr sympathisch, dass selbst ein Vollprofi wie du immer noch schwitzt, wenn er solche Sachen einem Redakteur vorlegt. Total, oder? Also warum auch nicht? Dargo, muss man wirklich dazu sagen, also vielleicht für die Leute, ich meine, ihr kennt Comics, ihr seid Comics, Comic erfahren. Dargo ist halt für Comiczeichner, für Comiclesende, überhaupt für Leute, die Comics mögen, ist halt, das ist so eine Art Elysium. Das ist ein französischer Traditionsverlag, der sich selbst halt auch so ein bisschen als, ja, ein bisschen exklusiv versteht. versteht und halt auch sehr traditionell ist. Also hatte ich schon gesagt, Lucky Luke, Asterix und so. Also die Sachen, die jeder kennt, selbst wenn man nicht tief drin ist. Die man als Kind schon halt auf dem Schoß hatte und so. Also ja, und das hat halt geklappt. Erstaunlicherweise. Glück gehabt. Also es war wirklich klasse. Gut, dann bevor wir dich zurück zu deiner Signierstunde lassen, wie geht es weiter? Gibt es weitere Malcolm X? Ich nehme an, dass es auf jeden Fall von Chroniken des Universums noch mehr gibt. Ja, also es ist als sozusagen ongoing Serie geplant. Also es gibt noch kein, noch kein Ende. Kein Ende abzusehen, was ich sagen kann, auf jeden Fall, Malcolm X wird weitergehen. Nächstes Album liegt als Skript schon auf meinem Tisch. Chroniken arbeite ich gerade am dritten Band. Bin sozusagen mittendrin. Wird auch bald fertig und ich hoffe, dass es noch möglichst lang so weitergeht. Das ist jetzt hier der zweite Band, der heißt Die Zeitesser und es ist im Prinzip so, ich wollte eine klassische Science-Fiction-Geschichte. Gehe an Bord eines Raumschiffs, flieg los und entdecke fremde Welten. Also ein bisschen Star Trek, aber halt es ist ernster, es ist ein bisschen düsterer und wir haben eine Crew von Studenten, die eigentlich nur für ein stinklangweiliges Projekt im All unterwegs ist. Es spielt in einer fernen Zukunft. Wir haben die Akademie der universellen Wissenschaften, die sozusagen alles erforscht, das All, die Geschichte. Die Menschheit hat sich zusammengeschlossen auch mit außerirdischen Zivilisationen und schickt Agenten ins All, um neue Zivilisationen zu entdecken. Und die haben eigentlich nur so ein Semesterprojekt, die müssen ihren Schein machen, kennen sich nicht besonders gut, haben auch nicht viel Bock, sind an Bord eines veralteten Raumschiffs und werden aber in eine Singularität reingezogen und 2000 Jahre in die Zukunft geschleudert. Und nichts ist so, wie sie es kennen. Und jetzt müssen sie miteinander klarkommen, konnten sich vorher nicht besonders leiden, sie stehen auch so teilweise in Konkurrenz, da gibt es halt die Streberinnen und dann gibt es die Stille im Hintergrund und dann gibt es das Großmaul und den Schüchternen und so. Und die müssen jetzt miteinander klarkommen, dann kommen langsam so, kristallisieren sich so die Rollen raus und sie entdecken, so viel kann ich anteasern, die Spuren von Aufzeichnungen, das sind die Chroniken hier, das sind die sogenannten Chroniken des Universums, die wirklich so viel älter zu sein scheinen als alles, was man bisher kannte. Also es hat schon vorher eine Zivilisation, Aufzeichnungen über das Universum offenbar angestellt, aufgeschrieben, aufgezeichnet. Und jetzt gilt es halt erstens diese zu entschlüsseln und zu enträtseln, woher sie stammen, weil sie sind wirklich uralt. Also es muss da wirklich um hunderte, tausend Jahre gehen oder so. Und so ganz genau, wie es weitergeht, weiß ich selbst nicht. Ich bin auch so ein bisschen auf der mysteriösen Reise durchs Weltall mit dem Ganzen und Richard und ich, wir arbeiten so ein bisschen parallel nebeneinander her. Also er lässt sich auch gerne von meinen Ideen so ein bisschen ablenken. Ablenken, beeinflussen. Er hat tatsächlich gesagt, das hat mir gefallen, was du da gemacht hast. Ich habe das jetzt mal reingeschrieben und so. Und umgekehrt, er hält sich das auch gerne so ein bisschen offen. Er schickt mir die Geschichte auch immer so schubweise und so machen wir diese Reise so ein bisschen gemeinsam. Also das ist ja ganz anders als Peter zum Beispiel vom Stil her. Peter macht alles vorher fertig und durchdenkt halt alles. Ja, also ein wilder Ritt. Ein wilder Ritt. Dankeschön. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ihr Lieben. Wir werden noch eine zweite Folge hier auf dem Comic-Sonno aufnehmen, wenn man schon mal die Gelegenheit hat. Also haltet die Augen danach offen. Und ansonsten, ich bin nicht so gut in Eigenwerbung, aber wisst ihr, was mir und Indy und Nico ganz gut gefallen würde, wenn ihr uns abonniert, falls ihr es nicht schon getan habt oder falls euch das Video gefallen hat, einen Like da lasst. Ich weiß, man sollte es eigentlich direkt nach den ersten 30 Sekunden einer Folge machen, aber ich habe ja gesagt, ich bin nicht gut in Werben. Indy, Indy. Indy findet das auch. Er sucht hier nicht nach einem Stöckchen, das Nico geworfen hat, um ihn vor die Kamera zu locken, sondern er wollte euch einfach sagen, dass da ein anderer Hund ist und ihr uns abonnieren sollt. Oh, und es gibt noch einen zweiten Kanal, wo unsere Let's Plays in erster Linie landen, Orkenspalter TV live. Schaut da auch mal vorbei. Und nutzt die Playlists, all die üblichen Dinge. Tschüss und bis dann. Vielleicht warten wir so ein bisschen, bis das Auto weg ist. Jetzt auch noch eins kommt, das piept, während es rückwärts fährt. Wenn man sich die Autos an schaut und die Unfähigkeit, das einzuparken, das geht manchmal Hand in Hand. Das ist ein Abomedol, das euch vermutlich von ähnlich, ein Abomodell, ja. Ein Abodell. Ich setze nochmal an. Bis zum nächsten Mal.